Qualität ist eine Frage der persönlichen Haltung. Ein Grund für den Fachkräftemangel. Menschen kaufen meiner Ansicht nach immer noch von Menschen. Warum tun sich so viele Leute das an, einen Job zu machen, auf den sie keinen Bock haben? Warum tun sich so viele Leute das an, einen Job zu machen? Warum tun sich so viele Leute das an, einen Job zu machen?